moin moin freunde herzlich willkommen zum neuen shop mit hanktv49 ich hoffe euch geht's gut wir haben den neuen shop da bevor ich ihn euch zeige hanktv049 einmal im item shop eintragen danke für den support leute so fangen wir mal an der blade blade ist da auf jeden fall ihr lieben das kind bleibt in zwei verschiedenen varianten sieht nice aus mit dem rücken accessor wenn der text hört sich auf jeden fall sehr mächtig an hänge gleiter und im tonado kick für 2300 lieben dann gibt es hier noch mal ein paket blade mit dem rücken accessor und dem ente werkzeug für 2000 da würde ich mir lieber das kaufen den hänge gleiter kann man sich noch mal einzeln gönnen oder den gegner sieht nice aus auf jeden fall kommen wir zur rechten seite rennfieber das genrennt über ist da in zwei verschiedenen varianten dazu gibt es noch mal drücken accessor sind nice aus wer auf weiß steht sollte sich den nicht entgehen lassen so da haben wir noch mal hier schön kommando 800 das und da gibt es noch mal ein erntewerkzeug für 500 nicht viel verlangt da haben wir hier noch mal das tanzpaket von gestern was leider copyright ist für 800 so haben wir noch mal hier paar party skins die wir alle glaube ich schon kennen sind auf jeden fall sehr 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 nice aus sehr beliebte skins mit schönen farben dazu gibt es nun also hier ist noch ins geld in sehr viele verschiedenen varianten auf jeden fall nice aus mit maske ohne maske in verschiedenen farben dazu gibt es noch mal ein rücken accessor das ganze für 1200 dann gibt es hier noch mal ein erntewerkzeug dazu also weiß aus aber zu bunt für mich persönlich nichts für mich auch in zwei verschiedenen varianten das ganze so was haben wir noch genau kommen wir mal hier zum outfit auch in zwei verschiedenen varianten ja sieht nicht so nice aus meiner meinung nach dazu gibt es noch ein back bling eine disco kugel sieht da ein nice aus das ganze gibt es für 2000 die lieben sondern haben wir noch mal ein spari emote ein hänge gleiter noch dazu für 500 nichts besonderes haben wir noch mal den coolen hier den sehr coolen skin den bunten skin für 800 noch eine pickaxe die lieben hört sich nice an irgendwie so und nochmal diesen breakdance für 800 so das war der shop von heute ein sehr großer shop auf jeden fall neuer skin blade auf jeden fall dabei ja falls ihr mich unterstützen wollt ehre hängt die wie 049 im shop eintragen lassen aber aktiviert die glocke leute um nichts zu verpassen lasst auch gerne leichter wie findet ihr den shop schreibt das alles in die kommentare wir sehen uns morgen leute morgen ist der hank monik ab 18 nur beginnen wir squad im preispool stehen 120 euro oder gute nacht die lieben bis morgen